Die DIN A3-Norm, das ist ein Format für Papier. Auch Audi hat seine DIN A3-Norm und zwar bei dem hier, dem kompakten Audi A3. Den haben sie jetzt aufgefrischt und wir gucken uns diese Neuheiten mal an. Wenn wir einen Blick auf diesen A3 werfen, dann sehen wir auch, es gibt neue Farben. Das ist eine davon. Vier Stück an der Zahl sind es. Das hier ist Distrikt Grün, es gibt noch Ascari Blau, Progressiv Rot und ganz neu dabei Daytona Grau in Matt. Der Chefdesigner von Audi, der heißt Marc Lichte und der hat dem Namen nach was mit Licht zu tun. Das Wortspiel hat er sicherlich auch noch nie gehört, aber der ist in diesem Fall gar nicht verantwortlich, sondern Cesar Montada. Der hat nämlich das hier kreiert und zwar ist der Leiter für das Design Light Experience und der hat eingeführt beim A3, dass man dieses Tagfahrlicht verändern kann und zwar in vier verschiedenen Versionen. Weil es jetzt so hell ist, sieht man es zwar einigermaßen, aber wir blenden euch das jetzt mal ein. Dann seht ihr, dass man da einfach eins, zwei, drei, vier verschiedene Varianten hat und da ein bisschen mit dem Licht rumspielen kann. Und das ist mit Sicherheit die augenscheinlichste Veränderung am neuen A3. Das Licht ist natürlich nicht das einzige, was sich vorne verändert hat. Wir haben natürlich auch hier einen neuen Front-Spoiler, wir haben auch einen neuen Grill bzw. eine neue Struktur im Grill. Wir sehen hier diese kleinen L-Formen, die sollen das Ganze noch ein bisschen dynamischer machen. Ist jetzt ein bisschen schwerer zu erkennen, weil hier schwarz auf schwarz ist. Wenn es hier in Chrom eingefasst ist, sieht man es noch besser, aber insgesamt auf jeden Fall ein dynamischerer, breiterer, flacherer Auftritt. Entdeck the Heck, sage ich immer. Was gibt es hier Neues zu sehen? Neuen Diffusor haben wir. Wir haben hier auch diese L-Struktur in der Heckschürze. Wir haben natürlich auch neue Hecke leuchten und das ist nicht unbedingt neu und wir gucken, ob es klappt. Ja, wir haben auch eine automatisch öffnende Heckklappe. Wie gesagt, das ist nicht neu, aber ich zeige es euch, weil der ein oder andere Mitbewerber in dieser Klasse hat das nicht anzubieten. Wir haben hier 380 Liter Kofferraumvolumen. Wenn man diese zu umklappt, dann sind es bis zu 1200 Liter und wir haben natürlich auch hier einen doppelten Boden. Alles nicht neu, ich zeige es euch aber, damit ihr auch wirklich alles gesehen habt. So, geht auch automatisch wieder zu. Ihr merkt, ich mache das spannend und setze mich erstmal nach hinten, bevor ihr das Cockpit zu sehen bekommt. Aber auch hier hinten muss man natürlich mal Platz nehmen und sich angucken, wie sitze ich denn hier? Ich bin jetzt in Anführungsstrichen nur 1,78 groß. Mit 1,78, ich sitze hinter mir selbst sozusagen, der sitzt hier vorne, ist auf mich eingestellt, sitzt man eigentlich ganz bequem. Also, ich könnte mir hier durchaus vorstellen, längere Fahrten zu fahren. Ich habe jetzt hier bei der Beinauflage natürlich irgendwann so ein bisschen den Punkt, dass der Winkel steiler ist, aber ich habe noch Luft nach vorne und auch noch Luft unterm Pony. Also, das ist ganz in Ordnung. Was meine Tochter noch interessiert, wie viel USB-C Anschlüsse habe ich? Genau 1, 2. Hier kann ich das Tablet laden oder auch das Handy. Ich habe hier auch noch die Chance, Achtung, warm oder kalt, kann ich hier hinten machen. Ich habe aber keine Klimaautomatik hier hinten, also ich kann jetzt hier nicht die Gradzahl einstellen. Was ich in diesem Fall auch nicht habe, ist hier eine Möglichkeit eine iPad-Halterung anzubringen. Aber das liegt daran, dass diese Kopfstützen integriert sind, ist aber nur bei der S-Line so. Was habe ich noch nicht? Sitzheizung hier hinten. Habe ich nicht, kann ich auch nicht bestellen. Wird meine Tochter jetzt sehr traurig machen, aber ich glaube in einem Kompakten ist das durchaus zu verschmerzen. Endlich setzt er sich mal vorne rein, endlich zeigt er uns mal das Cockpit. Und was fällt uns auf? Ja, gar nicht so viel. Also, wir haben jetzt ein Drei-Speichen-Lenkrad immer serienmäßig. Allerdings nicht dieses, weil das hier ist das S-Line-Paket. Wir haben immer serienmäßig jetzt ein digitales Cockpit hinterm Lenkrad. Keine analogen Instrumente mehr, auch nicht in der Basis. Wir haben immer serienmäßig eine Klimaautomatik, allerdings nicht immer serienmäßig die Zwei-Zonen-Klimaautomatik. Wenn man sich für die entscheidet, dann bekommt man hier diese Chrom-Einfassung, die ihr hier seht. Wenn man sich für die normale Klimaautomatik entscheidet, dann ist hier der Mittelstickchrom und alles außen herum ist schwarz. Was ist sonst noch neu hier? Diese Struktur, dieses Dekorelement, diese technische Struktur hier drauf, die hat Audi jetzt eingebaut. Kann man aber sich auch tatsächlich für was anderes entscheiden, also graue Mikrofaser zum Beispiel wäre hier möglich. Im S3 gibt es auch noch Carbon, es gibt Aluminium, da könnt ihr euch mal durch den Konfigurator klicken. Was haben wir sonst noch? Wir haben hier ein induktives Ladefett, also eine Ladeschale. Das ist allein nicht neu, neu ist aber, dass sie serienmäßig an Bord ist. Insgesamt eine etwas neu gestaltete Mittelkonsole mit einem kleineren Automatik-Wählhebel. Früher war das so ein kleiner Nupsi, der so aufrecht steht. Jetzt hat man hier den Punkt, dass man diesen kleinen Hebel nach vorne oder nach hinten schieben kann. Ist so ein kleiner Handschmeichler, kann man ganz nett machen. Hier übrigens die Mittelarmlehne, immer an Bord. Muss man sich mal vorstellen, vorher war das nicht serienmäßig. Jetzt immer dabei. Was habe ich sonst noch zu erzählen? Ehrlicherweise, ich finde, es ist ein A3-Cockpit, wie man sich das auch vorstellt. Hier unten natürlich, seht ihr auch in den Türen, noch ein bisschen Hartplastik. Also wir sind auch immer noch in der Kompaktklasse. Nicht alles ist beledert, aber grundsätzlich sieht das schon ganz edel aus. Was ganz interessant ist, bei Audi kann man jetzt Assistenzsysteme nachbestellen oder auch nur zeitweise ordern. Also zum Beispiel Radarsensoren sind verbaut, alle Hardware ist dabei integriert, aber ich habe den Abstandsradar eigentlich nicht bezahlt. Kann den aber im Nachhinein noch buchen, wenn ich ihn brauche. Also ich plane eine längere Reise und sage, Abstandsradar hätte ich gerne oder Navigationssystem hätte ich gerne. Das kann ich dann für einen bestimmten Zeitraum buchen wie ein Abo. Apple CarPlay, Android Auto zum Beispiel fällt auch darunter. Das heißt zum Beispiel, wenn mein Vorgänger das Auto gekauft hat, aber kein Apple CarPlay wollte oder kein Android Auto, dann kann ich das im Nachhinein noch zubuchen. Finde ich ganz interessant, ist aber natürlich auch für Audi eine Möglichkeit, nochmal extra Geld zu verdienen. Kommen wir nun zum Herz des neuen A3 oder des A3 Facelifts. Wir haben hier den MQB, also den modularen Querbaukasten, allerdings in der Evo Ausstattung. Das heißt, in diesem Fall gibt es einen Benzinmotor mit Mild-Hybrid-Technik, also ein 1,5 Liter TFSI Mild-Hybrid. Der hat 150 PS und ist gekoppelt an eine 7-Gang S-Tronic, also an ein Doppelkupplungsgetriebe. Es wird auch noch eine Version geben mit einem 2 Liter Diesel, ebenfalls gekoppelt an das 7-Gang S-Tronic. Die Handschalter, die kommen ein bisschen später nach und dann wird es auch noch eine Basisversion geben. Die Basisversion hat jetzt 4 Zylinder und 116 PS. Der 3 Zylinder entfällt komplett. So weit, so klar hoffe ich. Das heißt, wenn ihr zum Start ein Auto haben wollt, dann kriegt ihr den nur mit 150 PS und könnt euch entscheiden, ob Diesel oder Benzin. Wir könnten jetzt am Ende über Preise reden, aber wollen wir nicht, denn das Spannendste, das kommt jetzt eigentlich noch. Denn mit dem A3 Facelift kommt auch eine neue Variante ins Spiel und zwar der hier. Das ist der A3 All-Street. Warum nicht All-Road? Naja, weil der hier kein Allrad-System hat, also kein Quattro-Antrieb, sondern nur Frontantrieb. Aber es ist sowas wie die Offroad-Variante des A3. Woran erkennt man das? Naja, natürlich hier am angedeuteten Unterfahrschutz. Er hat auch einen anderen Grill, sieht ein bisschen rustikal aus, bisschen mehr in so eine SUV-Form gehen, bisschen mehr Q-Modell und er hat natürlich diese Plastikbeplankung da vorne und hier an den Seiten. Das Wichtigste aber an diesem Auto, er liegt natürlich höher. Drei Zentimeter sind es tatsächlich. Wie erreichen Sie das bei Audi? Naja, zum einen ist er einfach mal mit einem anderen Fahrwerk ausgestattet. Das bringt anderthalb Zentimeter. Wir haben außerdem 17 Zöller in der Basis, 18 Zöller als Option. Das bringt nochmal anderthalb Zentimeter. Und was man auch nicht unterschätzen darf, man kommt einfacher rein und man kommt auch einfacher wieder raus. Das heißt, es ist auch ein komfortablerer Ein- und Ausstieg. Das heißt, es geht nicht nur um die Offroad-Optik, sondern es geht auch so ein bisschen um Komfort. Aber jetzt kommen wir zu den Preisen. Wir wollen euch am Ende natürlich die Kosten nicht vorenthalten und deswegen reden wir mal über Preise. 37.450 Euro möchte Audi für die Allstreet, also für die höher gelegte Variante haben. Der hier kostet in der gleichen Motorgetriebeausstattung ungefähr 1.800 Euro weniger. Wenn man aber auf die Basis warten möchte, also den hier mit 116 PS haben will, dann bezahlt man nur in Anführungsstrichen 31.300 Euro. Natürlich auch viel Geld, aber im Vergleich zu seinen Mitbewerbern immer noch günstig. Und genau da ist eigentlich auch die A3-Norm von Audi, was das Geld angeht, denn die sind immer ein bisschen günstiger als die anderen Premium-Kompakten. So, das war's an dieser Stelle. Ich würde mal sagen, schreibt in die Kommentare, was ihr vom A3 Facelift haltet, sowohl von dem hier als auch von dem hier. Bimmelt die Glocke, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, ihr kennt das Spiel. Ich sage an dieser Stelle, tschüss, bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.